Mich stört es, wenn deutsche Politiker von den Grünen militärische Lösung als ultimatives Ziel darstellen. Das ist doch verrückt. Und das machen Politiker, die mit Militär nichts am Hut hatten, die den Wehrdienst verweigert haben, die von der Bundeswehr nichts wissen. Das geht doch nicht. Der Zustand muss so sein am Ende, dass wir wieder in einen wie immer gearteten Waffenstillstand kommen. Und dazu gehört, dass wir irgendwann diesen Krieg beenden und nicht auf Sieg setzen. Das ist ja eine Rhetorik, die nicht geht. In der modernen Friedens- und Konfliktforschung ist das ein echtes Novum. Ich sage nur, der Ansatz muss ein anderer sein. Wir müssen möglichst schnell aus dem Konflikt raus. Wir können in Zentraleuropa keinen Stellvertreterkrieg auf Jahre gebrauchen, der das Potenzial hat, zu einem Nuklearkrieg zu eskalieren. Weil Russland ist nicht Serbien, ist nicht Irak, ist nicht Afghanistan, ist nicht Libyen. Russland ist eine Nuklearwaffe, macht mit den meisten Nuklearwaffen weltweit. Das ist ein Unterschied. Und da müssen wir vorsichtig sein mit Waffenlieferungen und vor allen Dingen mit unserer Kriegsrhetorik. Und vor allen Dingen mit einer Rhetorik, die sagt, wir setzen auf den militärischen Sieg einer Seite. Das ist ein Fehler. Vom Ansatz her ist das ein Fehler. Und das, was Sie schildern, Frau Weißwand, das bedrückt mich auch sehr. Das sind ja Bilder aus den Kriegen, die wir kennen. Wir erkennen diese Bilder aus dem Irak, aus Afghanistan, aus Syrien, aus Libyen. Es ist nichts Neues, was dort passiert, so grausam das ist. Aber wir hatten, denken Sie nur an den Irakkrieg, wir hatten da ein zigfaches an Opfern, auch zivilen Opfern. Das ist eben eine Erscheinungsform moderner Konflikte, die man einfach sehen muss. Das ist dramatisch, das ist schlimm. Und ich möchte das auch nicht gesund beten, was die Russen gemacht haben. Und ich bin auch kein Putin-Versteher. Und ich muss eins noch sagen als Staatsbürger, was mich sehr bedrückt, ist der Umgang der Ukraine mit Deutschland. Und auch das Agieren des Botschafters in Deutschland. Ich finde es nicht in Ordnung und das stört mich auch ein bisschen, dass das nicht ausgesprochen wird in Deutschland, dass das nicht thematisiert wird. Das ist nicht sehr schön.